Hallöchen hier da draußen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, willkommen zurück und ein neuer Start, Blastdale, gehört ja hier zur Herausforderung, Hase und Igel, Hase gibt alles, dieser Geist ist besonders gebrechlich, findet den korrekten Geistetyp heraus, in Blastdale Farmhouse, 1 von 3, ok, so, weiter, auf geht's, warum wir hoffen, dass wir jetzt hier das nicht wieder haben, das wäre Shit, Shit. Ein riesen Shit, so, auf, ne, schon besser, ah, Taschenlampe, ja, schon besser, jetzt dürfte das nicht passieren und wenn es nicht passiert, dann hoffe ich auf eine erfolgreiche Runde hier, boah, halt, nochmal gucken, wo ist der Stromkasten, den brauche ich, den brauche ich, Mit so einer miesen Taschenlampe brauche ich unbedingt den Stromkasten, ah, ja, wieder da hinten, untere Etage, da hinten, ah, dann kann ich ja gleich da hin, genau, genau, warum laufe ich eigentlich ins Haus, wohin und, kann ich doch so machen, zack, bin ich da, so viel einfacher, äh, Licht, ja, so, Gut, halt, Ja, ist ja unwahrscheinlich, dass ich hier den auch gleich finde, äh, Hm, nee, da ist nichts, aber immerhin gleich von hier anfangen, zu suchen, gute Idee, okay, die Tür ist offen, und die aber auch, Vielleicht ist er ja hier irgendwo in der Nähe, äh, Los, komm, Orp, 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 ich brauche ein Orp, ich will ein Orp haben, Ich habe zwar schon einen gesehen, jetzt mit der neuen Kamera, aber ich hätte gerne noch ein Orp, Ja, dann, Tür zu, Jetzt, Moment, vielleicht ja hier, Nee, sieht nicht da noch aus, Die Reichweite ist auch nicht besonders hoch, also, es ist, äh, hm, hm, naja, Nee, Na, komm schon, Bis jetzt habe ich eigentlich jedes Mal Gefriert-Temperaturen gehabt, Ist ja schon mal hilfreich, Hilft ja nur nicht, wenn es dann trotzdem ein falscher Geist ist, weil, Obwohl ich drei Beweise hart hatte, und nein, es war kein Mimik, Ist es trotzdem ein völlig anderer Geist, also, das, das ist, äh, naja, das sind Fehler, die sind früher schon aufgetreten, Die haben sie halt noch nicht behoben, nicht so schlimm, Komme ich ganz gut mit klar, Hä, zwei Lichtschalter? Achso, Ah, Sind sie sonst gar nicht aufgefallen, Okay, Ja, Nein, Denke, Nichts, Wobei, je nach Geist kann natürlich auch der ganze Krempel viel später auftauchen, Oh, So, Ha, Boah, Blödes Bild. Und, Noch nix, Nee, 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 Ich sehe nix. Verdammt. Mal kommen, ein klitzekleiner Beweis. Irgendwas durch die Gegend schmeißen. Das wäre schon ein Hinweis. Schon mal nicht schlecht. Nö, immer noch nicht. Nee, nix, nix, nix. Einfach nix. Verdammt. Hä? Ich habe doch gar nicht gewechselt gehabt. Naja, egal. Ungewöhnlich, ungewöhnlich. Ah, bist du schon wieder hier? Na? Äh. Darf ich nicht heißen? Oh, verdammt. Nix. Zumindest. Macht sein Anschein. Auch nicht zu sehen. Ja, meistens sind hier offene Türen irgendwie der Hinweis so, naja, hier in der Gegend ist er, aber das muss ja nicht jedes Mal so sein. Verdammt. Auch nichts. Ah. Naja, vielleicht ja hier. Sollte es allerdings ein Schäd sein, dann tut er hier sowieso nichts. Wir hoffen, wenn ich gerade da bin. Hm. Ähm. Nö. Immer noch nicht. Nein. Ist hier nix. Verdammt. Auf. Auch nicht. Strom wieder aus. Äh, ja. Ich glaube, den mache ich dann aus, wenn ich wieder rausgehe. Ja, klar. Äh, an. Nicht aus. Aha, aha, aha. 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 Aber wo? Tö. Shit. Ich lege nichts rum. Verdammt. Oh. Es kam doch aber eindeutig von rechts. Also hier vielleicht. Aha. Aha. Gefriert Temperaturen. Moment, ist er offen. Ist er hier? Nee, doch hier, oder? Ich sehe ein Orb. Ich habe ein Orb gesehen. Da ist er. Ah, aha. Gefriert Temperaturen und Orb. Geil. Und. Der Orb ist da hinten. Also. So. Aha. Ich kriege dich, Alter. Ich kriege dich. Da brauche ich jetzt auch keinen Strom. Oder? Nee. Doch. Nee. Doch. Ah, Mann. Doch, Strom. Strom ist gut. Dann sehe ich wenigstens in den anderen Räumen was. Da brauche ich nicht. Ah, mit dieser dämlichen Funzel hier. Das ist, ah. Mann. So. Mit dieser kleinen Funzel hier. Das bringt ja gar nichts. Das ist ja beinahe wieder ein Streichholz anzünden. Und darauf hoffen, dass ein Raum hell wird. Ah. Ups. So. So, Moment. Was habe ich denn hier? Binde mit dem EMF-Messgerät Beweise für das Übernatürliche. Werde Zeuge eines Geisterereignisses. Entkomme den Geist während einer Jagd. Ja, vorhin hat das Kreuz nicht funktioniert. Oder so. Wow. 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 Mal gucken. So. Ja. Komme ich noch auf 80? Ja. 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 Okay. Ja. Knapp 90? Oh. 100 sogar. Oh. Schön. Das ist schön. Das Zeug bringt kaum noch was. Okay. Ach, Quatsch. So. Also. Was haben wir? Gefriertemperatur und Orb. Orb. Gefriertemperatur. So. Die üblichen vier Verdächtigen. Schön. Inklusive Mimic möglicherweise. So. Was nehme ich denn jetzt als nächstes mit? EMF und Geisterbox. Oder? Ne. Buch und Geisterbox. Ja. Buch und Geisterbox. Ja. Das hat vorhin so schön funktioniert. Ja. Ich freue mich schon drauf, wenn ich hier wieder mein anderes Buch bekomme. Oh. Oh. So weit hinten habe ich das hingelegt. Ui. Ups. So war das nicht geplant. Geil. Uah. Halt. Wo bist du? Ah, komm. Funktioniert doch so. Wo bist du? Wer bist du? Wo bist du? Moment. Wo bist du? Ah. So. Moment. Ich habe nichts mehr dabei. Nein. Erstmal wieder raus. 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 Uah. Lauf. 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 Hm. Was ist denn da los? Ich sehe gar nichts am Chat. Unfassbar. Was ist da denn los? Okay. Rob ist noch da. Stifte ist allerdings auch noch da. Oh. Tja, ich würde sagen, ich gucke mal noch Fingerabdrücken. Oder? Bin mir gerade nicht sicher. Moment, einen Schluck Kaffee. Den Entscheidungskaffee. Ja, gut. Okay. Da ist jetzt gerade nichts passiert. Was soll's? Haben wir ja alle gesehen. So was. Ne, ist eine 4. Okay, dann rein. Na ja. Na ja. Na ja. Ah. Sehr gut. Ha ha. Fingerabdrücke. Super. Aber jetzt hat er mal die Kamera auch umgeschmissen. Verdammt. Aber ich habe ja meinen dritten Beweis eigentlich. Theoretisch. Wohl. Wo bist du? Bist du nett? Bist du böse? Bist du böse? Moment. Eine Sache würde ich gerne ausprobieren. Oh, scheiße. Was ist weg? Dreck? Ne, das war zu spät. Verdammt. Oh. Oh, 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 oh. Wo ist jetzt ein... Ah ja. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Ah. Was? Dass das Zeichen ist? Oh, 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 oh. Okay, Tür ist auf. Super. So, ich deute das jetzt mal als... Box hat er nicht. So. Aber er hat ja Ultraviolett. Während Tantu... Moment. So, jetzt aber noch der Mimic. Der Mimic, der Mimic, der Mimic. Geister Box. Ultraviolett. Gefriert Temperaturen. Äh, ja. Die Box hat er nicht. Weil er hat aber Box nicht. Teoretisch dürfte es nicht der Mimic sein. Also eigentlich müsste es richtig sein. Handtuch. Na gut. Ich würde sagen, Abmarsch. 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 Ja. Komm, das ist kein Mimic. Aufmachen, scheiß. Los, 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 los. Initialisieren. 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 Ja, ein Handtuch. Nice. Ja, gut. Den Knochenbeweis habe ich verpatzt. Was soll's? Aber... Okay, Level 4. Yeah. So, kann ich was Neues? Na, na, na. Habe ich irgendwas Neues? Nein. Okay, 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 okay. Ich würde sagen, ich habe fertig. Und dementsprechend... Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.